wo sind sie da oben ich hab's leider nicht links leider nicht markieren können habe ein joker ist oben irgendwo ich hab nur das joker gehört deswegen hier ist die tür auf was für ein klick auch abnächsten du hast inzwischen da muss einer sein war das jemand gelaufen der schaut raus hast du ihn da kommt vorher ist im gang jan du müsstest ihn gleich sehen jetzt wird er gleich anmachen er hat eventuell jetzt dann gehabt jetzt kommt wieder das kd bashing ich liebe es sobald ich platin bin eskalieren alle aber das schlimme ist das schlimme ist ja dass wenn du einmal die kd fast kommst nicht wieder raus und das ist das wieso das ist das wieso ganz viele ebenen smurf anlegen wenn sie dann richtig gut sind um halt witschel nee warte 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 erst aufmachen guck mal so warum eigentlich aber sag doch nicht witschel ich bin der nächste stehen geblieben jetzt ach so entschuldigung nischel äh nischel 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 das ist der das ist der nischel ist der bayerische sohn nischel 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 ist er angesprochen oder wie ja du machst das auf damit du besser hörst wenn sie ansetzen ah ok ja ich mach dir ich bin also ich spiel halt nie bandit deswegen weiß ich sowas nicht tut mir leid ich verzeihe bald gar nichts mehr weißt du ich mach dir hier was hin dass du weißt wenn was kommt ah ok warte ich wollte ich hier theoretisch aufmachen diese wand ja 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 richtig äh feuer place ach man ich hätte ihn haben können wir haben einen chest scanner nicht ausgegangen die kommen hinten garage ja ja Die Fugies sind in Ordnung. Die Fugies sind in Ordnung. Ich versuche zu flankieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich versuche jetzt die Küche zu gucken und rumziehen. Okay, ich mich da auch erwischt gerade noch, wo ich ewig weit wegfliege. In einem kleinen Raum ist einer drin. Ja. Ja, nicht aufstehen bitte, gell? Ja, 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 ist einer. Okay, der wird jetzt rauskommen und er denkt, er hat mich, okay? Ich höre was Main Stairs. Ja, hinten. Ja. Hast du die? Blue, roll. Nein. Okay, dann ist er Blue. Ich kann ihn pingen, sobald er reinkommt. Basti ist, äh, rechte Türkante auf Ping. Okay. Nice. Schön. Sehr geil. Ins Gesicht. Reaction. Ich habe das Geräusch gerade so gemacht, dieses Plopp. Eigentlich müsst ihr jetzt voll den Tryhard-Moto schalten. Ah, jetzt habt ihr schon wieder 0,7er Carry. Hey, du hast auch 0,7, nice. Ja, wir sind die 0. Ich finde auch, dass die anderen sich downrankten. Ja. Das ist jetzt unser Job in den nächsten vier, fünf Seasons. Ich würde dir schreiben, da wären wir gegen Rack bei 0,7, aber ich glaube, das ist Toxic. das hätte ich früher geschrieben. Tu es. Ich bin aus Zawa, kann mich entbannen, oder Chris? Ähm, ich glaube nicht, dass wir das machen. Well done. Biohazard Container located. Was ist denn so schlimm daran? Das ist ja kein guter Umgangston. Weißt du, wenn du sagst, direkt bei 0,7? Ja. Einer ist hoch. Das Problem ist, dass halt niemand weiß, auf was irgendwie reagiert. Das ist das Problem. Ich weiß nur, dass easy nicht gewertet wird. 5 Sekunden. Hab er recht, oder was? Ja. Hab ich schon erwähnt, dass ich heute das vierte Mal Chalet spiele? Hast du damit ein Problem, oder was? Einer ist schwarfi. Gefällt's. Ja, die haben Schild hingeklatscht. Vielleicht bin ich schlecht weg, vielleicht aber auch nicht. Oh, da war gerade einer. Ja. Blesi ist auf der Treppe nach unten, glaube ich. Ne, der ist auf dem Spot. Ah, oben ist jemand. Ich call. Auf jeden Fall. Ja, ja, oben ist auf jeden Fall einer. Einer ist Trophäe. Wörtl ist dahinter der Tür. Also da hinten. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein! Nein! Das ist ein Teammate. What? Auf dem Klo. Hä? Einer ist runter die Treppe. Ich weiß aber nicht wie. Da ist einer. Da ist einer gewesen, Steffen. Da war der Doc. Basti. Brauch eine Hibana Charge hier rein. Danke. Aber ich hätte es andersrum machen sollen. Nein, nein. Genauso. Genauso. Brauchst längs. Nice. Sehr geil. Ich liebe dieses Loch. Das nutze ich meistens in der Defense. Das hat mir der Freight aus dem Forum beigebracht. Im Community Match. Ah, ich wollte gerade klicken. Der hat einen Killhole in der Wand neben der Tür. Das ist kein Killhole. Das ist ein Rotationhole. Oh mein Gott, das sind drei Legion fallen übrigens an der unteren Wand. Nicht das Dwarf, das ist neben der Tür. Ja, unten an der Tür sind drei. Also unter Tokebi quasi. Da ist ein Killhole jetzt. Steff, da. Genau, da stand er. Da ist er. Wir sind da immer noch. Die beiden sind unten. Da fehlen mir aber zwei. Wir reizen die Zeit aus, okay? Ja, ja. Ähm, Virgil war on Spot vorhin. Der andere... Nein! Down to one friendly. Das ist das geilste Neue. Nein! Ach, das war Subber eben. Ach, Jan, danke. Virgil... Sag ich auch schon Virgil. Virgil war nicht on Spot. Wiggle, wiggle, wiggle. Auch den anderen nennst du immer Lassi. Hä? Lassi. Wieso? Allein? Was? Oh mein Gott, da hätte ich Sarko gebraucht. Schade. Ne, ich habe ihn noch gesehen, aber ich hatte die kleine dran, aber ich dachte, er wäre näher. Ja, der hat Hacks an. Was willst denn du? Das war, glaube ich, sogar legit. Also... Der wusste ja, dass ich oben bin. Ja, gut. Ich bin jetzt zweimal so dumm gestorben. Okay. Aber die 07er Fraktion ist oben. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich bin auch close bei euch, so ist es hier nicht. Sehr close. Okay, am Ende werden wir gewünscht. Da habe ich 07 Carry hin. 07 Double Carry. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Nein! Steff, nein! Nein! Nein, Steff! Wer ist der Karsten? Oh, ach der Jan. Ah! Du auch gerade, du auch gerade so, ne? Wer ist jetzt der Karsten? Der random. Aber hauptsache unten fehlt eine Wand, weißt du? Hey! Und keine Rüstung wieder mitgenommen. Jungs, was soll der Schei... Ja, der Hook hat sich zu spät gelegt. Kann ich auch nix für. Möchte jemand für mich ein Paper analysieren? Auf Englisch? Ahhhh... Habe ich auf genug. Keine Lust mehr. Habe ich auf jeden Fall. 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 Was musst du denn analysieren? Ein ökonometrisches Paper in der Gesundheitsökonomik. Es geht um genetische Tests. Sie wollen Versicherungen einbeziehen und dann Versicherungscremien berechnen. Alter, da musst du schon echt viel bezahlen, mein Freund. Ich... Mensch, schieß doch immer noch auf. ...mensch, schieß doch immer noch auf. ...stehen im Stand. Sehr geil. Also wer auch immer unseren... ...Hibana-Counter spielt, hat's gerade ein bisschen... Was? Wer ist denn ein Hibana-Counter? Na... Ich dachte, es ist einer Kamin. Du wurdest entdeckt. Ja, fick dich doch. Ich hör hier irgendwo einen. Kann es sein, dass es keiner ist? Ja, ich werd drüber bangt. Kann einer den Rook-Team killen? Wieso? Der ist gefährlich da mit dem Punkt. Wer ist denn der Rook? Wieso kommt niemand ins Spielzimmer? Was ist falsch mit denen? Die spielen wieder so dumm. Nichts können die, ne? Nicht mal offentlich. Die können nicht mal angreifen. Oh mein Gott. Ich werde schon beschossen von irgendwo. Die Tür ist aufgemacht worden. Ach! Ganz hinten ist einer. Oben ist irgendwas aufgegangen. Wahrscheinlich mal die Tür. Irgendwas ist aufgegangen. Ich bin tot in der Objective. Ähm. Der Thatcher ist groß an der, äh, äh, an der Main-Door. Jetzt lief der. Was ist denn das für ein Opfer? Wieso hab ich nen Feilschaden? Weil, wo dann ein Heng-Dong-I-Chi? Scheiße. Oh mein Gott, der ist ja aufgemacht worden. Nein. Ja, und das hab ich gesagt. Naja, aber ich mein, der hat's aufgemacht. Ja. Ihr hört mir nicht zu. Oh. Steff, du hast den Thatcher. Ah. Wir brauchen eigentlich einen On-Spot, oder? Ja, wir bräuchten einen On-Spot. Oh mein Gott, haben die ein Glas? Unter Umständen. Oh, wo ist das auf dem Fenster? Oh, wo ist das auf dem Fenster? Die kommen, die spiel, weil die gedrohnt haben und wissen... Ach, was? Ja, wahrscheinlich. Die sind nicht doof. Äh, ich run da jetzt mal hoffentlich durch und sterbe dabei nicht. Dann gib doch mal Feuer auf die Tür. Oh, warte, unter dir ist irgendwas, Steff. Hast du das gehört? Ja, unter mir ist was. Nein. Hups. Ah. Ah. Sehr geil, Steff. Sehr geil. Da ist aber noch was. Wo? Ne, bei Steff. Irgendwo unten drunter. Ich wurde gespottet. Das ist Jan. Ich bin drunter. Ja, das ist weil der so fett ist, Alter. Der fette, Jan. Ich wurde gespottet. Schon wieder. Diese Dialekte hier, ey. Ja, der ist wahrscheinlich nicht in dem Abrisch neben mir. Der ist draußen. Der ist draußen. Ja! Entschuldigung. Schön, schön. Mir wurde gesagt, ich freue mich immer zu laut. Man kann sich nicht zu laut freuen. Dafür gibt es dynamisches Herabregeln. Oh, Sarah, du spielst Rainbow Six. Ach, echt? Ja, hast du mir gerade angezeigt. Steff mit 126er Ping gerade, weißte. Erstmal so. Ah, schön. Er lacht uns halt immer noch aus, weißte. Er hat aber verloren. まあ, was soll das lecker sein? Uhhh, den hab ich mal gemeldet. Das war's für heute.